It's your boy Skinny P. Ich habe hier ein Video, das ich dringend nachreichen muss, denn ich habe die letzten paar Tage und auch Monate immer wieder auf dieses nicht vorhandene Video verwiesen, was ein bisschen Dirm von mir war. Ich habe bereits ein Trust Factor Video gemacht und an das konnte ich mich eben auch erinnern, aber in dem habe ich nur erklärt, wie man seinen eigenen Trust Factor verbessert und ich glaube auch minimal umschifft, worum es beim Trust Factor überhaupt geht. Dieses Video hier, das ich jetzt gerade wieder erneut aufnehme, hatte ich schon aufgenommen und auch fast fertig editiert. Ich weiß nicht, wo es hin ist. Ich dachte wohl, dass es schon längst online ist, weil ich einmal in einem Stream recht ausführlich darüber berichtet habe und das hat sich dann irgendwie in meinem Kopf abgelegt, als hätte ich es schon längst hochgeladen. Darum wird das jetzt geschwind nachgereicht. Hauptsächlich möchte ich erklären, was die rote und gelbe Meldung aussagt und dann nochmal ganz kurz anreißen, warum der Trust Factor so viel mit Steam zu tun hat und nicht nur mit CSGO. Das Wichtigste vorneweg. Es gibt zwei Meldungen und zwar die rote und die gelbe. Eine grüne gibt es überhaupt nicht. Grün ist nur die Schrift, wenn alles in Ordnung ist. Aber es steht da nichts in grün von wegen, oh die Trust Faktoren sind alle gleich gut oder deiner ist gut oder sonst was. Diese beiden Farben, gelb und rot oder meinetwegen auch der nicht vorhandene Text, der grüne Text, beschreiben nicht, wie gut dein Trust Factor ist oder wie gut die Trust Faktoren deiner Mates sind, sondern sie beschreiben nur, wie viel schlechter die Trust Faktoren deiner Mates im Vergleich zu deinem sind. Dabei gibt es aber kein Level, das angegeben wird und diese Farben haben auch nichts mit dem Bereich zu tun, in dem die Trust Faktoren schlussendlich liegen. Würde man sich die Texte richtig durchlesen, die erscheinen, wenn man die Lobby startet und eben in rot oder gelber Text kommt, dann wüsste man das eigentlich auch. Wenn du zum Beispiel mit deinem Kumpel Hans eine Runde CSGO spielen möchtest und er einen etwas schlechteren Trust Faktor hat als du, dann steht in gelb, your matchmaking experience will be slightly impacted because the Trust Factor of Hans is lower than yours. Man muss diesen Text also einfach nur lesen und verstehen können und schon wüsste man, dass die Farben nichts mit dem Score oder dem Level des Trust Faktors zu tun haben, sondern dich nur darauf hinweisen, dass der deines Mitspielers etwas schlechter ist als deiner. Des Weiteren wird beschrieben, dass das Matchmaking etwas verändert oder eben negativ beeinflusst sein könnte. Die rote Nachricht ist dann schon ein bisschen krasser, besagt aber an sich auch einfach das, worauf ich hinaus will. Und zwar, dass am Ende steht, dass der Trust Faktor deines Kollegen deutlich schlechter ist als deiner. Er besagt aber nicht, dass der Trust Faktor des Kollegen schlecht ist, sondern nur schlechter als deiner. Für alle, bei denen es Klick gemacht hat und die jetzt Bescheid wissen, die müssen jetzt eigentlich gar nicht großartig weitergucken. Alle anderen bekommen jetzt noch zwei Beispiele und auch nochmal ein visuelles Beispiel. Das erste Beispiel ist durch Tests entstanden, die ich selbst gemacht habe. Ihr kennt meinen Main-Steam-Account ja und er ist ziemlich hoch getrusted. Wenn wir so vor uns hinspielen, gibt es eigentlich niemanden, der bei mir eine gelbe oder gar rote Nachricht bekommt. Wenn überhaupt, ist es meist dann andersrum und ich sehe halt dann bei anderen Leuten gelbe oder rote Nachrichten. Man könnte also schon sagen, dass mein Trust Faktor communityweit einer der besten ist. Ich habe aber auch ein paar Leute auf meiner Freundesliste, die einen so enorm ausgebauten Steam-Account haben, dass, wenn ich mit ihnen rein cue, ich rot bei ihnen erscheine. Das heißt, ich habe bei ihnen einen roten Trust Faktor. Die Betonung liegt dabei bei ihnen. Also ich werde bei ihnen als rot angezeigt. Der Text ist derselbe. Vorsicht, der Dumba-Bla hat einen deutlich schlechteren Trust Faktor als du. Das bedeutet nicht, dass mein Trust Faktor schlecht ist, sondern nur deutlich schlechter als seiner. Wir sollten uns also schon mal merken, dass diese Meldungen ausschließlich in zur Relation mit anderen Accounts stehenden Trust Faktoren gelten und niemals eine Beschreibung des eigenen Trust Faktors sind. Es ist schon mitunter vorgekommen, dass ich eine Lobby eröffne, meine Kollegen kommen rein und wir starten und die Jungs freuen sich, dass sie keine Trust-Meldungen bekommen oder vielleicht nur eine gelbe bei jemandem. Ich hingegen sehe bei mir, dass zwei Leute einen roten Trust Faktor haben und zwei gelb. Das bedeutet, dass die Abschätzung, wie die Lobby so getrusted ist, ausschließlich aus der jeweiligen Sicht des jeweiligen Spielers stattfinden kann. Der, der am schlechtesten getrusted ist, sieht gar keine Meldung. Für ihn ist die Lobby grün und er denkt sich, geil, wir haben hier eine grüne Trusted-Lobby. Wenn er gefragt werden würde, wie er diese Lobby einschätzen würde, dann würde er sagen, sehr gut, weil hier sind alle grün. Der nächste, also Spieler 2, sieht den Spieler 1 als gelb, weil er etwas über ihm getrusted ist und der Unterschied schon so hoch ist, dass die gelbe Meldung kommt. Spieler 3 und 4 sind besser getrusted als Spieler 1 und 2, bekommen aber auch einfach nur die gelbe Meldung bei dem letzten Spieler. Und da kommt Spieler 5, das wäre in dem Beispiel ich. Ich liege vom Trust so weit oben, dass die Spieler 3 und 4 mir als gelb angezeigt werden, weil sie schon ein gutes Stück von mir entfernt sind und Spieler 1 und 2 sind so weit von mir entfernt, dass sie sogar als rot dargestellt werden. Und die Einschätzung der Lobby hängt dann ausschließlich davon ab, wen ihr fragt. Wenn ihr den untersten fragt, dann sagt er, hier können keine Cheater sein, weil die Lobby ist grün. Wenn ihr den obersten fragt, sagt er, es kann sein, dass hier möglicherweise gehackt wird, ich weiß nicht, wie groß der Unterschied zwischen meinem Trust und dem des letzten ist oder beziehungsweise des niedrigsten. Es kann sein, dass der Trust nur gerade mal so weit auseinander liegt, dass halt die rote Nachricht kommt. Das heißt, dass die Trusts noch sehr weit oben liegen bei meinem. Es kann aber auch sein, da ist ja keine schlechtere Nachricht, als es die rote gibt, dass der rote so weit unten ist, dass er die Lobby halt komplett auf Null zieht. Dazu gleich mehr. Denn spätestens hier sollte es eigentlich bei jedem Klick machen. Und man sollte wissen oder merken, dass rot und gelb nicht das Trust-Faktor-Level der Leute beschreibt, sondern nur den Unterschied, der zwischen deinem und ihrem Trust-Faktor liegt. Bei den Gesprächen, die ich mit den Leuten immer wieder habe, wird immer wieder gesagt, komisch, ich habe bei mir Hacker, obwohl ich einen grünen Trust-Faktor habe. Und dann frage ich mich jedes Mal, woher will er wissen, was er für einen Trust-Faktor hat? Man kann seinen eigenen Trust-Faktor ja gar nicht sehen. Und wenn ich dann danach frage und derjenige sagt, ja, meine Jungs sehen bei mir gar keine Nachricht oder halt vielleicht nur die gelbe Nachricht, dann hat das auch erstmal nichts zu bedeuten, weil man ja wissen müsste, auf welchem Trust-Level die Kollegen liegen. Denn wenn sie alle im schlechten Bereich liegen, ist es egal, ob die Meldungen gelb, rot oder grün sind. Wir gehen mal davon aus, dass die fünf am schlechtesten getrusteten Menschen zusammen queuen. Was glaubt ihr, was für eine Meldung die erhalten werden? Natürlich gar keine, bei denen ist alles grün, weil sie alle auf dem gleichen ultra schlechten Trust-Faktor liegen. Und sie glauben, oh, ich bin grün, also habe ich jetzt wahrscheinlich gleich überhaupt keine Hacker. Dabei kommen sie dann in den Hacker solchen full des Grauens. Das Ganze bisher gesagt, das soll euch einfach nur Folgendes zeigen. Und zwar gehen wir hier einfach mal bildlich davon aus, dass der Trust-Faktor auf einer Skala von 0 bis 100 liegt. Das Ganze machen wir in Prozent und fertig ist der Lack. Auf dieser gesamten Skala liegen alle Trust-Faktoren, die es gibt. Wir gehen davon aus, dass 0 extrem schlecht ist und 100 ultra gut ist. Was prozentual ausgedrückt ja auch Sinn macht. Wer den hundertprozentigen Über-Trust hat, der ist einfach der König und wer bei 0,1 steht, der hat ultra verschissen. Jetzt machen wir uns noch Markierungen und zwar einmal bei 0 und da sagen wir, wenn man einen Trust-Faktor von 0 hat, dann hat man in jedem Spiel Hacker. Dann ist man wahrscheinlich auch selbst ein Hacker. Dann hat man einen Trust-Faktor von 100. Wenn man da angekommen ist, hast du nie wieder einen Hacker. Dann haben wir die goldene Mitte, 50. Wenn man einen 50-prozentigen Trust-Faktor hat oder 50% von dem gesamten Score, den man haben kann, dann hat man so in einem von 10 Spielen einen Hacker. Dann machen wir noch eine Markierung bei 75%. Da hat man in einem von 100 Spielen einen Hacker. Und Leute mit dem Trust-Faktor von 25%, die haben in 5 von 10 Spielen einen Hacker. Hacker, Schrägstrich, Smurfer. Also beide Kategorien werden vom Trust-Faktor ähnlich behandelt. So, und jetzt müssen wir nur noch festlegen, wie groß der Abstand bei Trust-Faktoren sein muss, dass die gelbe Nachricht erscheint, beziehungsweise dann eben auch irgendwann die rote. Obacht, Einwurf. Natürlich sind diese Zahlen von mir ausgedacht mit den Hackern. Ich will euch damit einfach nur versinnbildlichen, dass wenn man einen sehr, sehr guten Trust-Faktor hat, da sind wir uns, denke ich, alle einig, dass man dann weniger Hacker hat, als wenn man jetzt einen ultra schlechten Trust-Faktor hat. Da wird man wahrscheinlich öfter mit Hackern zusammenkommen. Darum diese Zahlen, das sind natürlich keine offiziellen oder echten Zahlen. Es ist einfach nur Logik, die angewandt wird. Das gleiche zählt zu den Abständen. Durch Tests und so weiter haben wir herausgefunden, dass es diese Abstände geben muss. Natürlich weiß ich nicht genau, wie groß sie sind, aber es ist klar, dass sie vorhanden sind. Dass ab einem gewissen Abstand von Trust-Level zu Trust-Level irgendwann die gelbe und dann auch die rote Meldung kommen muss. Und in unserem Beispiel sagen wir einfach, dass ab einem Unterschied von 5 Trust-Prozentpunkten die gelbe Nachricht kommt und bei 10 Trust-Prozentpunkten die rote Nachricht. Und jetzt bauen wir uns folgendes Gedankenexperiment auf. Person A schreibt mich an und sagt, hey, ich habe ständig Hacker, obwohl ich einen grünen Trust habe. Und ich frage dann, wie kommst du darauf, dass du einen grünen Trust-Faktor hast? Und er sagt, immer wenn ich mit meinem Kumpels spiele, kommt bei uns gar keine Nachricht. So, diese Person positionieren wir einfach mal bei 25%. Da liegt er, höchstwahrscheinlich, so oft wie er Hacker hat. Und seine Kollegen liegen mit 2, 3 oder 4 Abstand um ihn drumherum. Sie liegen also alle im gleichen Kackbereich. Sie werden zwar als grün angezeigt, weil sie alle gleich schlecht sind oder ähnlich schlecht sind und liegen aber im Gesamten auch tatsächlich weit unten. Jetzt bauen wir das Beispiel noch von vorher mit an, das ich mit meinem eigenen Account gemacht habe. Ich würde mich zum Beispiel bei 85 einsortieren. So, da liegt mein Trust-Faktor. Alle Leute, die größer als 5 unter mir liegen, werden als gelb und dann ab 10 sogar als rot angezeigt. Also praktisch alles ab 80 gelb bis 75 und ab dann nur noch rot. Und jetzt genau hingehorcht. Diese rote Anzeige macht keinen Unterschied, ob da jetzt ein 69er Trust-Faktor mitspielt oder ob ein Spieler dabei ist, der einen Trust-Faktor von 10 hat. Eins ist sicher. Der schlechteste Trust-Faktor wird dann als Vorgabe für die gesamte Lobby genommen. Dazu dann gleich mehr. Wenn ich jetzt aber mit jemandem zusammen cue, der einen Trust-Faktor von 95 hat, dann stehe ich bei ihm als rot drin, weil der Unterschied so enorm ist zwischen unseren beiden Trust-Faktoren, dass ich der Account bin, der diesen deutlich schlechteren Trust-Faktor hat. Insgesamt liegen wir beide sehr weit oben, dass uns das eigentlich gar nichts ausmacht, aber dennoch muss das Trust-System uns das ansagen, weil es eben so funktioniert. Denn ab einem Unterschied von X wird diese Nachricht einfach getriggert und sagt dir, hey, Achtung, der ist ein bisschen oder arg viel schlechter als du. Es gibt aber keine Nachricht, wie gut dein Trust-Faktor selbst ist. Du kannst es praktisch nur herausfinden, indem du ganz, ganz, ganz viele Proben machst. Das Ganze habe ich damals zusammen mit Refuse Uprising und seiner Community gemacht und mit Freunden, Kumpels und allen möglichen Leuten und eben auch einigen von meiner Freundesliste. Also sprich immer wieder reingecute und geguckt, wie die Nachrichten so aussehen. Dabei kam eben dieses Ergebnis raus, dass du da schon eine gewisse Skala ertasten kannst, aber da es nirgends von der Anzeige gibt, wo du stehst, kannst du eben auch immer nur eine Relation sehen, wo du circa stehen könntest, wenn du verschiedene Stichproben machst. Was wir dann dabei häufig gemacht haben, war, dass wir Leute herangenommen haben, die dachten, sie hätten einen guten Trust-Faktor, weil sie halt nie eine Nachricht bekommen, also ihre Freunde nie eine Nachricht bei ihnen bekommen und ich da mal mit ihnen reingecute habe und siehe da, schon sind sie knallrot. Und über diese Testweise kann man dann Stück für Stück, wenn man genug Tests macht, eine kleine Skala erstellen. Das heißt, wenn man denjenigen nimmt, der bei mir rot angezeigt wird und ihn mit jemandem zusammen cueen lässt und der Dritte wird bei ihm auch rot angezeigt, dann ist er unter ihm und er steht schon mal zwischen mir und dem Dritten. Und wenn man dann immer, immer, immer mehr Tests macht, kann man eben eine Skala aufbauen und gucken, wer wohl ungefähr wo steht. Die letzten x Minuten nochmal kurz auf den Punkt gebracht. Diese Farben, gelb und rot, beschreiben keinen Score von einem Trust-Faktor. Sie sagen nicht aus, ob ein Trust-Faktor gut oder schlecht ist, sondern nur, ob er in Relation zu einem anderen Trust-Faktor schlechter als dieser Trust-Faktor ist oder nicht. Es ist also sehr wichtig, dabei zu wissen, ob man jetzt gerade den Trust-Faktor von zwei Leuten vergleicht, die eh extrem weit hinten liegen, also im Bereich unter 25, oder ob ich eher im oberen Bereich bin oder sogar eine Riesenspanne von 100 auf 0 habe. Soweit will ich hier aber auch gar nicht gehen und herausfinden, wie unsere gesamten Trust-Faktoren liegen, also tatsächlich score-technisch, weil ich auch nicht weiß, wie sich der Score bei denen aufbaut, ob sie da irgendwie von 1 bis 1000 haben oder ob sie das sonst wie gemacht haben. Das Ganze kann man aber, egal wie es schlussendlich in der Realität aussieht, einfach auf diese 0 bis 100 Prozent runterbrechen. Denn es wird irgendwo den Maximalwert und irgendwo den Minimalwert geben und alles andere liegt dazwischen. An sich sollte das jetzt eigentlich verstanden sein, ich lege jetzt aber einfach nochmal ein kleines Beispiel nach und zwar gehen wir davon aus, dass vier Leute in irgendeinen Club rein wollen und in diesem Club sollen nur sehr reiche Leute reingehen. Und du hast eine Person A, die mit 10 Euro da rein will, eine Person B, die mit 100 Euro da rein will, Person C mit 10 Millionen Euro und Person D mit 20 Millionen Euro. Der Türsteher schaut alle vier an und sagt, ihr zwei Letzten, Person C und D, ihr könnt rein, ihr seid Millionäre. Aber ich muss euch sagen, denn ich wurde vom Chef angewiesen, immer bei 1000 Euro Unterschied anzusagen, wer der Reichere ist, dass Person C signifikant, also rot markiert im Trust-System, weniger reich ist wie Person D. Person D hat nämlich sogar das Doppelte, aber darauf kommt es jetzt gerade nicht an, auf dieses Doppelte. Es geht darum, dass der Unterschied von 1000 Euro überschritten wurde und deswegen sagt der Bouncer, hey, Person C mit seinen 10 Millionen ist viel, viel, viel weniger reich als du, Person D. Mit dem würde ich aufpassen. Die beiden gehen also rein und die anderen zwei dürfen nicht rein, die haben einfach zu wenig. Der Bouncer guckt sie beide an und sagt, ja gut, du hast 10 Euro, der andere hat 100 Euro, ihr seid beide gleich. Ihr habt praktisch die grüne Meldung. A und B laufen dann böse weg und sagen sich, verdammt, wir sind doch eigentlich grün. Die hatten es doch gar keine gelbe oder rote Meldung ausgesprochen. Und das liegt einfach daran, dass sie beide in einem schlechten Bereich liegen und diesen Bereich, wo der Bouncer dann was sagen sollte, gar nicht überschreiten. Zwischen ihnen liegt dann nur ein Unterschied von 90 Euro und dieser Türsteher soll eben ab 1000 erst ansagen, dass da was falsch ist beziehungsweise vielleicht ab 500 die gelbe Nachricht geben und sagen übrigens, der eine ist ein bisschen weniger reich als du und wenn es über 1000 sind oder den Unterschied von 1000 überschreitet, dann die rote Nachricht raushauen, wow, der ist deutlich weniger reich als du. Und die beiden Kleinen, die liegen nur 90 auseinander, die sind so weit unten, da kommt keine Nachricht. Die kriegen praktisch im Matchmaking einfach die grüne Nachricht und denken sich, oh wow wow, warum habe ich Hacker bei mir im Team, ich bin doch grün. So viel zu den Farben dieser Meldungen und der Meldungen eben an sich und nun noch, warum man so einen Trust-Faktor überhaupt braucht und warum man so stark von dem Steam-Account abhängt und nicht einfach nur von CSGO abhängig ist. Das liegt einfach daran, dass es nicht sinnvoll ist, ein Trust-Faktor-System in dem System laufen zu lassen, das du überwachen möchtest, weil diese Systeme meist kleiner sind, leichter zu faken sind, weil sie weniger Variablen haben und natürlich, weil sie aufgrund dieser geringen Variablenanzahl viel ungenauer sind. Je mehr Variablen du hast oder je mehr Variablen du überwachen kannst, desto besser. Die Spielzeit von Counter-Strike, der Rank und so weiter und so fort, das kann man alles so leicht aufpushen über Boosting-Services, über irgendwelche bezahlten Geschichten und so weiter, dass diese Werte so gut wie unaussagekräftig sind. Und vor allem sind das auch die ersten Punkte, die einen Hacker oder Cheater direkt angeht. Er kauft sich direkt einen Account, der am besten auf, was ich, LEM ist oder LE oder sowas, der schon 10.000 Spielstunden hat und so weiter und so fort. Der also praktisch in CSGO alleine sehr gut dasteht. Was aber kaum ein Cheater und vor allem auch die ganzen Smurfer und sowas machen, ist, diesen Steam-Account auszubauen. Und da liegt der Hase im Pfeffer. Denn wenn du einfach nur auf CSGO schaust, so wie auch ein Anti-Cheat funktioniert, also ein nicht-invasives, das jetzt irgendwie nicht im Vorfeld den PC durchsucht, sondern das einfach nur das Spiel betrachtet, das ist so, wie wenn du deinen Kopf ganz feste in den Teller reindrückst und noch nicht mal den Rand vom Teller siehst, geschweige denn über den Rand hinaus schauen kannst. Wenn du aber dann mal die Größe besitzt und den Teller von deinem Gesicht wegzunehmen und ihn weiter wegzudrücken, dann fällt dir außenrum immer mehr auf. Und so funktionieren die Trust-Systeme, denn sie schauen nicht in diesem kleinen Teller, sondern sie gehen viel, viel, viel weiter raus und gucken, ob überhaupt der Mensch, der Spieler oder der Account trustworthy ist oder nicht. Und am Steam-Account kann man ja, das können wir eigentlich alle sehr leicht erkennen, ob es sich zum Beispiel um einen zweiten Account handelt. Um jetzt einfach mal wegzukommen kurz von den Cheatern, sondern einfach nur der Fakt, dass euch jemand mit seinem zweiten Account addet. Das merkt ihr meistens natürlich erstens daran, dass der Name wohl irgendwie ähnlich ist, manchmal, aber vor allem daran, dass dieser zweite Account nicht so stark ausgebaut ist, vor allem wenn es ein ganz frischer ist, wie der Main-Account. Der Main-Account ist schon Jahre alt, da hat man ganz viele Freunde, da hat man ganz viele Spiele, Stunden und so weiter und so fort. Die ganzen Items, die man auf Steam sammeln kann, der ganze Gladeradatsch, das ist alles auf dem Main und der zweite Account, da ist CSGO drauf, das war's. Kurzer Einschub, natürlich kann ein zweites Account auch gut aussehen, gerade eben von einem Legend-Spieler, ja. Den baut man mit der Zeit logischerweise auch weiter aus. Mein zweites Account sieht mittlerweile auch deutlich besser aus und hat bestimmt nicht mehr einen ultimativ schlechten Trust. Er kommt aber sicherlich auch bei weitem nicht an meinen Main-Account ran. Trotzdem wird er immer besser. Ende des Einschubs. Wer hat da schon tausend Spiele mit 80 Millionen Spielstunden, 5 Milliarden Freunden und 8000 Fotos oder sowas? Auf seinem zweiten Account macht man sowas ja eigentlich nicht. Und gerade Hacker würden einen zweiten Account ja nicht mit tausenden von Euro vollstopfen, nur damit er gut dasteht, sondern es reicht sich einfach einen kostenlosen Account zu machen, dann lädt man sich CSGO rein, dann boostet man die Zahlen in CSGO ein bisschen und holt sich noch ein 5-Euro-Free-Game oder sowas und vielleicht noch Prime und das war's. Und so ein Account ist im Vergleich zu zum Beispiel meinem komplett lächerlich. Das erkennen wir ja sogar mit dem bloßen Auge, dafür braucht man kein Trust-System. Ihr macht das ja auch ständig, dass ihr, wenn ihr in ein Matchmaking reingeht oder viele von euch machen das, dass sie erstmal die Steam-Accounts der Gegner checken. Und alleine daran erkennt man ja meist schon, ob da jemand wohl irgendwie möglicherweise fishy sein wird oder könnte oder eben nicht. Und das macht das Trust-System. Nur nochmal im etwas größeren Maße. Also es wird deutlich mehr reingeschaut, wie jetzt nur die bloßen Dinge, die im Steam-Account stehen, sondern auch noch vieles im Hintergrund und viele Dinge, die man nicht auf den ersten Blick sieht. Und daran kann man erkennen, ob dieser Steam-Account ein echter Steam-Account ist, von einem echten Nutzer, der den Account vielleicht sogar täglich nutzt, der mit dem Account viel macht. Das zeigt, ob dieser Account einfach echt, also legit ist oder nicht. Es klingt an sich eigentlich sehr einfach. Es gibt natürlich im Hintergrund extrem viele Variablen, die ablaufen und die überprüft werden müssen für sowas. Und das könnte man als Mensch eher nicht so einfach machen. Aber dennoch erkennen wir ziemlich direkt, ob ein Account echt ist. Also ein richtiger Steam-Account von jemandem, der schon über Jahre genutzt wird oder ob es ein schneller, schneller Account ist, den man manchmal benutzt, um vielleicht zu hacken oder ein bisschen reinzusmurfen. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, woher will der das überhaupt wissen mit den ganzen Sachen und hin und her. Es ist so, dass ich mit Trust-Systemen schon sehr lange und viel zu tun habe. Früher als Spieler, auch heute über die Arbeit. Ihr wisst ja, dass ich Informatiker bin und solche Trust-Systeme gibt es natürlich nicht nur in CSGO. Bei der ESL zum Beispiel war es früher so, dass du dich ultra-trusten lassen konntest, indem du dir eine ESL-Player-Card hast machen lassen. Dazu musstest du einmal eine Kopie von deinem Perso an die ESL-Zentrale schicken, dann nochmal ein bisschen Geld und deine Adresse. Und kurz darauf haben sie dir dann eine gedruckte Plastikkarte geschickt. Das war dann die ESL-Player-Card. Mit dieser konntest du dann auch auf irgendwelchen Events, die konntest du vorzeigen, hast dann halt Kram bekommen und so weiter und so fort. Du konntest dich damit ausweisen als ESL-Trustworthy-Mitglied, wie auch immer. Und du konntest eben auch mit deinem Account dann bei extra getrusteten Spielen spielen, bei denen nur Leute spielen konnten, die diese Karte besaßen. Was bedeutet das jetzt für Hacker? Generell schreckt sowas Hacker schon von Grund auf ab, weil man so viel machen muss. Die müssen ihren echten Namen irgendwo angeben, die müssen ihre echte Adresse irgendwo angeben, sie müssen auch noch Geld bezahlen und erst dann können sie gegen die Leute hacken, gegen die sie gerne hacken würden und zwar gegen diese Trusted Boys. Das schreckt schon so viele ab, dass dann natürlich die Hack-Anzahl so extrem geschrumpft und eingestampft wurde, dass man davon gar nichts mitbekommen hat. Wahrscheinlich waren da auch gar keine Hacker. Und falls sich doch einer reinschleicht und in so einem gewerteten Spiel dann eben rauskommt, dass er gehackt hat beziehungsweise User sagen, hey, irgendwas stimmt mit dem nicht. Der ist ultra krass, das kann nicht sein, überprüft den bitte mal und der wird überprüft und es wird dann herausgefunden, dass er halt gehackt hat. Dann ist er als Mensch von dieser Plattform gebannt. Und um dann wieder da reinzukommen, müsste er erstmal einen anderen Namen, einen anderen Person, eine andere Adresse und dann nochmal Geld hinschicken und sowas, um überhaupt wieder reinkacken zu können. Das ist vielen Leuten natürlich viel zu viel. Man kann ja auch natürlich einfach im Matchmaking rumhacken, was viel einfacher ist, weil man das einfach so machen kann. Das war damals ein sehr schönes System, aber trotzdem auch eines, das dennoch, ich habe ja eben genannt, wie man das umgehen könnte oder beziehungsweise wie man diesen Bann für sich praktisch indirekt aufheben könnte, auch nicht so extrem sicher, weil jeder genau wusste, was die vier Schritte sind, um diese Karte zu bekommen. Und richtige Füchse hatten sicherlich kein Problem, sich dann doch mal hier irgendwie ein Fake-Pair so zu snacken und halt irgendwo eine Briefkastenfirma oder sowas. Wisst ihr, was ich meine? Man konnte es umgehen, wenn man unbedingt wollte. Wenn man auf Zwang wollte, konnte man es umgehen. Und das ist immer ein Negativpunkt in einem Trust-System, wenn man es leicht durchschaut. Man soll zwar ungefähr wissen, wie der Hase läuft, aber da wusste man halt jeden Schritt genau. Das haben die von Valve natürlich schon etwas geschickter gemacht, indem sie gar nicht großartig sagen, was Sache ist, sie sagen, ja, man soll einfach nur ein treues und aktives Team-Mitglied sein, so irgendwie haben sie es umschrieben und fertig ist es. In dem nachgereichten Update-Text sind sie zwar auch nochmal drauf eingegangen, dass es mit dem Steam-Account viel zu tun haben wird, aber sie haben nichts Genaues beschrieben. Und das ist sinnvoll, weil dann eben die Leute, die versuchen, das zu umgehen, nicht genau wissen, was sie überhaupt machen müssen, um ihren Trust-Faktor großartig sofort in die Höhe schießen zu lassen. Einen kleinen Minuspunkt muss man den Boys natürlich trotzdem geben, weil dieses Trust-System vor allem in diesen Meldungen eben so schnell missverstanden werden konnte, dass es nach wie vor Leute gibt, die nicht verstehen oder bis heute nicht verstanden haben, dass Rot und Gelb keine direkte Beschreibung des Trust-Scores sind. Und zu guter Letzt nochmal ein Beispiel, warum es sehr sinnvoll ist, von außen, also Trust-System-mäßig, ein System zu schützen und nicht von innen, wie es ein Anti-Cheat macht. Zumindest, wenn das Anti-Cheat nicht auf die Daten zugreifen darf, sondern einfach nur guckt, was die Spiele halt so machen und ein paar Signaturen abgleicht. Wir denken uns einfach diverse Athleten, die laufen, also die rennen müssen eine Strecke von X. Und in diesem Bereich gibt es ja auch Doping. Und ein Anti-Cheat oder ein sehr schlechtes Trust-System, wie manche sich das wünschen, dass es nur von CSGO abhängig ist, würde einfach nur gucken, wie die Leute sich bewegen. Und zwar ist zum Beispiel die Signatur eines blutgedopten Sportlers, dass sein rechter Arm so nach rechts weg schwingt, als wenn er winken würde. Jemand, der, ich kenne die Drogen nicht, die man da nimmt, aber jemand, der meinetwegen Speed genommen hat zum Laufen, bei dem zittert das linke Bein und einer, der das dritte Dopingmittel genommen hat, der schreit die ganze Zeit, während er läuft. Und die anderen Athleten, die Legits, die laufen einfach ganz normal. Natürlich kann ein Anti-Cheat oder ein sehr schlechtes Trust-System, das einfach nur genau darauf schaut, was die Spieler machen. Dann erkennen, ah, guck mal, der eine wackelt mit dem Bein und der andere winkt die ganze Zeit und einer kreischt. Die drei können wir rausnehmen. Die hacken wahrscheinlich. Also, beziehungsweise, die sind wahrscheinlich gedopt. Nur mit der Zeit merken die Sportler und vor allem die Doping-Sportler, woran es wohl liegt, dass sie erkannt werden und versuchen, immer legitter zu werden. Also fangen praktisch das legit-Cheating an. Und somit passen sie sich, weil sie ja wissen, woran sie erkannt werden, immer mehr den Legits an. Bis die Systeme gucken und sagen, es schreit keiner, keiner wackelt mit dem Arm, keiner wackelt mit dem Bein, da ist keiner dabei. Und ein gutes Trust-System zoomt ordentlich raus, noch lange vor dem eigentlichen Wettkampf und sagt, kommen Sie bitte mal her. Wir machen erstmal jetzt einen Doping-Test. Dann überprüfen wir noch Ihren Hintergrund. Sind sie überhaupt Läufer? Waren sie vielleicht zuvor an diesen und jenen Orten, bei denen bekannte Doping-Boys hocken und so weiter und so fort, führen Befragungen durch und überprüfen die Person an sich schon im Vorfeld? Das ist ein Trust-System. Man darf die Nase nicht plattdrücken an dem, was man eigentlich überprüfen möchte, sondern sollte die Menschen oder die Accounts im Vorfeld schon überprüfen und vor allem einordnen, einsortieren. Das Trust-System schmeißt ja auch niemanden raus. Das Ziel des Trust-Systems ist es, Legits miteinander spielen zu lassen und alles andere wiederum auch zusammen spielen zu lassen. Das heißt, Hacker gegen Hacker, Smurfer gegen Smurfer oder Smurfer mit Hackern und so weiter und so fort. Und das funktioniert ja auch, wie man oft in Overwatch das sieht, sehr gut. Man hat ja mittlerweile fast komplette Hacker-vs-Hacker-Server auf den offiziellen CSGO-Matchmaking-Servern, weil die Hacker zusammengestellt werden. Auch in Hacker-Foren wird sich darüber beschwert, dass man immer schwieriger an normale Legits rankommt, weil man halt ständig zusammengewürfelt wird mit den ganzen Dödeln. Zu guter Letzt noch eine wichtige Sache, die man nicht vergessen darf. Kein System ist perfekt. Das Trust-System ist nicht perfekt. Auch jegliches Anti-Cheat-System, das es gibt auf der Welt und geben wird, ist nicht perfekt. Es wird immer Hacker geben und auch Smurfer geben, die diese Systeme irgendwie durchstechen und dann doch gegen Legits spielen. Das wissen wir. Die Cheats werden immer weiterentwickelt, siehe Valorant, da sind jetzt ja auch schon ein Haufen Cheater unterwegs. Es gibt jetzt schon zig Videos von Cheatern, wie die Cheats funktionieren, wie man sie sich runterladen kann und so weiter und so fort. Die Anti-Cheat-Systeme kommen immer im Nachhinein dahinter her. Die Trust-Systeme hingegen haben den Vorteil, dass sie diese Leute ja durchgehend im Auge halten, ihnen irgendeinen Trust-Score geben und egal, was für Cheats sich diese Dödel kaufen, sie können ihren Trust-Faktor damit ja nicht verbessern, sondern sie können nur im Spiel halt noch legitter reinhacken. Sie müssten erstmal ihre Steam-Accounts aufbauen, um überhaupt auf den Bereich zu kommen, um gegen die Legits zu spielen. Und mit Steam-Account aufbauen meine ich nicht nur kostenlose Dinge, sondern auch tatsächlich kostenpflichtige und zeitintensive Dinge, die man machen muss. Also wenn man meinen Steam-Account nachrekreieren möchte, müsste man tausende von Euro bezahlen, um so einen guten Steam-Account zu bekommen, wie meiner einer ist. Und das Alter eines Steam-Accounts kann man glaube ich überhaupt nicht verändern. Also zumindest, soweit ich weiß, vielleicht geht das auch. Und das ist natürlich auch nochmal ein Vorteil oder ein Fakt, weil viele Hacker und Smurfer machen sich halt immer wieder neue Accounts, wenn der Account dann doch mal gebannt wurde oder sie sich komplett zerschossen haben, dann machen sie sich einen neuen und der ist halt auch wieder erst dann drei Tage alt. Und der stinkt natürlich ab gegen einen Account, der 14 Jahre alt ist. So ein Trust-System ist vor allem als Zusatz zu einem Anti-Cheat extrem sinnvoll. Es ersetzt aber kein Anti-Cheat, das darf man nicht vergessen. Anti-Cheats müssen vorhanden sein, denn ein Trust-System hat einen ganz, ganz großen Nachteil, also zumindest wiederum das, das wir hier eben bei CSGO oder bei Steam vorfinden. Und zwar haben neue Spieler sehr schlechte Karten. Wenn sie sich einen brandneuen, echten Steam-Account machen, es sind echte Menschen, also Legits, sie kaufen sich, beziehungsweise lasen sich CSGO einfach runter, man muss es sich ja nicht mehr kaufen und wollen einfach nur vor sich hinspielen, dann werden die wahrscheinlich eine sehr schlechte Zeit haben. Aber vielleicht, das werde ich demnächst auch ertesten, gibt es für ganz neue Accounts auch so eine Art Schonzeit, dass sie X-Spiele, das ist jetzt einfach nur ein Gedankenexperiment, das ich halt von anderen Trust-Systemen kenne, dass man brandneue Accounts X-Zeit lang gut behandelt, nicht wie die besten, aber Standard, so im Mittel einsortiert, so ein bisschen wie es auch bei Facebook mit dem Level ist. Nichts mit Trust oder sowas, sondern einfach nur, dass du da ja bei Level 3 oder 4 anfängst und nicht direkt mit 0 oder 1 oder sowas, sondern, dass du mittelmäßig eingetrusted wirst, obwohl dein Account praktisch leer ist und dann wird geguckt, wie deine Spiele verlaufen, also in dem Fall deine CSGO-Spiele und wenn da jetzt nicht irgendwie pro Spiel zig Reports reinkommen, dann wird man vielleicht sogar ganz gut getrusted gelassen, also man bleibt dann da auch erstmal stehen und hat in Ruhe Zeit, seinen Account aufzubauen und an den Trust auch anzupassen, also dass der Steam-Account dem Trust-Faktor gleichkommt. Das ist aber nicht bestätigt, aber es gibt eben Trust-Systeme, die funktionieren so und es würde viel Sinn machen, wenn es so wäre, ich höre auch immer wieder Berichte von euch, dass ihr sagt, ich habe noch nicht mal einen Rank, ich spiele vor mich hin, ich habe auch keinen Prime und trotzdem habe ich keine Hacker bei mir im Spiel und das ist vor allem ohne Prime ja extrem unwahrscheinlich, das muss dann das Trust-System sein, das da so enorm reinregelt. Ich werde da noch eigene Tests machen, aber diese Theorie von mir wird schon durch diese Aussagen stark unterstützt. Ich gehe sehr stark davon aus, dass es so ist, weil es würde ja jeden neuen Spieler vergraulen, wenn er in seinem ersten Spiel direkt neun Hacker, also vier bei sich und fünf im Gegnerteam hätte. Und so ein bisschen, wie die Ranks bei Valorant funktionieren, also dieses faire Spielen, dass man nicht sehr weit auseinanderstehen darf, man darf nur zwei Ranks maximal auseinanderstehen. Wenn es darüber geht, dann kann man nicht mehr gemeinsam spielen, so ungefähr muss auch ein Trust-System funktionieren. Das heißt, wenn die Leute eben nicht ungefähr so gut sind wie du und bei ihnen zum Beispiel eine gelbe Nachricht erscheint, dann wird die gesamte Lobby auf diesen niedrigsten Trust, der vorhanden ist, runtergesetzt. Nicht auf den zweitniedrigsten, nicht auf den zweitbesten und vor allem nicht auf den besten, sondern auf den niedrigsten. Denn wenn das nicht der Fall wäre, könnten sich ja Hacker mit ihrem ultimativen Kack-Trust zum Beispiel mit mir zusammen in der Lobby hocken und könnten gegen sehr hoch getrustete andere spielen. Das Trust-System beschützt durchgehend sehr gut getrustete oder halt einfach gut getrustete Leute vor dem Abschaum. Ist natürlich auch ein Nachteil, weil wenn deine Mates nicht so gut getrustet sind wie du, musst du auf ihrem Trust-Niveau spielen und kannst nicht auf deinem coolen, gemütlichen Niveau spielen. Es ist natürlich nicht optimal, aber es würde auch nicht anders gehen, weil alles andere das Trust-System zerstören würde. Nur wenn ihr Solo-Cute oder mit Kollegen-Cute, die zu 100% über euch liegen, Trust-Faktor-mäßig, dann habt ihr die besten Ergebnisse. Dann habt ihr nämlich den niedrigsten Trust und wenn euer Trust aber dennoch wie gesagt gut ist, also wir gehen davon aus, ich spiele jetzt mit Leuten, die bei mir eine rote Trust-Meldung erhalten, also bei sich. Sie sehen, dass ich rot getrustet bin. Da werden wir trotzdem keine Hacke haben, weil mein Trust-Faktor, also der niedrigste der Runde, ausreicht, um praktisch den Faktor zu carryen. Der ist so hoch, dass es egal ist, ob wir auf ihrem Ultra-Hohen oder auf meinem auch sehr hohen, aber nicht so hoch wie ihren Trust-Faktor spielen, weil wir da so oder so keine Hacke haben werden. So, das war es jetzt hier mit dem Podcast. Das ist echt ein Monstrum geworden, ich glaube der längste bis jetzt. Ich hoffe, ihr konntet euch das ganze Ding irgendwie geben beziehungsweise stückweise halt immer wieder anhören. Natürlich hoffe ich des Weiteren, dass alle, die noch Probleme mit dem Trust-Faktor hatten, jetzt wissen, wie der Hase läuft und sich möglicherweise gar nicht mehr so stark wundern, dass sie Hacker bei sich drin haben, obwohl sie mit ihren Freunden zusammen immer keine Nachricht bekommen. Um euren eigenen Trust-Faktor auszupendeln, müsstet ihr mit unterschiedlichen Leuten immer wieder rein-cueen. Ihr müsst das Spiel ja gar nicht spielen, das reicht ja, wenn man kurz auf die Suche tippt und gucken, wo ihr ungefähr liegt. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, wie wir das gemacht haben und dadurch könnt ihr dann ein eigenes Raster erstellen und gucken, wo ihr zumindest in diesem Raster steht. Ja, dann haut mal rein, falls es euch gefallen hat. Däumchen nach oben, da wird man euch loben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut gerne einen Kommentar raus, Fragen, Antworten, Kritik und so weiter. Einfach rauskloppen und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video beziehungsweise im nächsten Stream. Ich weiß nicht, weil das Video hier erscheint, deswegen sage ich einfach die Streamzeiten nochmal an. Jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Haut rein, bis dann. Bye, bye.